Hi Leute, euer Axel hier am Start. Heute Bizeps-Trizebs-Zirkel. 8-12 Wiederholungen. Fang an mit der SZ-Stange und Stirn drücken. Das sind 7 Übungen im Zirkel. 2-mal wiederholen. Okay, let's do it. 4-mal wiederholen. 4-mal wiederholen. - 5-mal wiederholen. 6-mal wiederholen. 6-mal stillf teens h Keith. Das war's. Das war's für heute. Das war's. Das war's. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.